Moinsin liebe Zocker und Zockerinnen hier ist mal wieder der Christoph euch am Start so und ich spiele jetzt hier nochmal eine Runde Squad und TD und werde jetzt hier mal die Rasse Nature auswählen so und dann klicke ich mal auf Start so wir warten hier noch auf Crunchy auf Black Rose und auf ne nur noch auf die beiden hier und noch auf Crunchy so Crunchy dann kannst du noch kurz deinen Müsli-Riegel da zu Ende und dann können wir da auch schon mal loslegen Crunchy was hältst du davon oh Crunchy so wunderschön so und was hole ich mir jetzt hier schönes ich hole mir jetzt erstmal hier zwei von denen hier pulver ich mal hier hin ne da so zack und zack und dann hole ich mir hier noch einen von den kleinen Ent die Ente 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 und dann ebenso und was habe ich hier Ranger Ranger und zwei Enten eine Ente 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 Ah, das sieht doch schon mal gut aus. Ach ja, ich hab ja ganz vergessen, hier mein... ...mit zu spawnen. Den hole ich mir jetzt schnell. Wenn ich das Income auch noch kriege. Ah, okay. Och, Space Trip. Was hast du denn da... Was hast du denn wieder gemacht? Warst du wieder auf dem Space Trip, ne? So, ich bin jetzt hier schon erstmal so ein... ...so ein Gesschen. Ja. Wunderschön. Chef. Dreimal hier den Chef. Ach, das ist Chef. Hey Chef, ich Chef, du nix. Oder was? So, wollen wir mal gucken. Jetzt müssten ja die kleinen Lavacrawler kommen. Da sind sie schon. Die kleinen. Oh, die crawlen hier aber ordentlich. Aber das schaffe ich hier locker. Oh, locker doch nicht. Na, 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 komm schon. Och, zwei Grollhack rollen hier durch, oder was? Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Und einer ist sogar noch vollkommen voll. Och, dann lasse ich hier schon was durch und da brennt mein Gas. Och, nö. So ein Kacki. Das geht aber nicht. Schnell nochmal einen Rot holen. So. Und weil das natürlich nicht geht, muss ich mir natürlich hier nochmal, da nochmal eine Ente holen. Und hier auch noch eine Ente. So, und dann sollte das auch wieder ausgeglichen sein. Oh, nicht mehr da auch noch eine Ente, Ente, Ente. Nein. Das reicht erstmal. Kann ich mir gleich nämlich noch einen Ranger holen. It's Ranger Time. Nein. So. Und dann ist auch schon gleich wieder Start hier. Na, krieg ich hier noch einen. Ach, den nehme ich einfach nochmal. Schicke hier auch noch einen kleinen Link mit. Schon ein Income von 5. Mal gucken, was die anderen soll haben. Och, ich bin am höchsten mit meinem Income. Schön. Da kommen die Mukus. Gröse Mukus. Ah, die Mukus müssen leiden. Ah, alle Mukus beseitigt. Weggekaut. So, wunderschön. Das passt. Und das hole ich mir gleich. Ich weiß es noch nicht. Ah, jetzt habe ich genau 100 Mineralien. 105 genau genommen. Ich kriege hier noch 5 hier. Schnell kaufe ich mir den noch. Jetzt kriege ich mir schon 7. Mua. Herrlich. So. Und entweder bauen wir uns jetzt hier noch einen. Oh, ich brauche mir noch 2 davon. Nein, den hier noch. Setze ich auch nochmal daneben. So. Fahni kann ich hier noch schön einen hinsetzen. Na, ich glaube hier da. Und dann brauche ich noch ein Depotchen. Ich koste zum Beispiel wieder 30. Deswegen warte ich hier nur mit und sende hier schnell noch einen mit. noch einen kleinen Linger zu. Das Schöne ist, mich das hier so durchfahren und dann hier vorne blocken. Knallen erst mal nur auf die kleinen Enten hier. Und meine Ranger-Komponierten schön draufballern. So läuft das für mich ganz gut hier. Und dann ist das für mich ganz gut hier. Optimal mal wieder gelaufen für mich. Für den Aggressor. Herrlich. So, dann kann ich mir auch schon mal noch nichts Neues holen. Ich brauche hier noch 30. 30 Gas. Und wir haben auch keinen Gas-Cap hier. Das ist schon mal schön. So. Und da haben wir die 30. Dann können wir hier das Upgrade schnell noch holen. Herrlich. So, und dann wollten wir hier noch einen hinsetzen. Der ist doch ganz einsam, der eine. Och, Mann. Der arme kleine Wurm. Egal. Das muss jetzt hier erstmal passen, so. So, und gleich noch einen holen hier. Das eine ist ja blöde. Ach, warte ich noch ein bisschen. Oh, jetzt kommen hier schon die Hoverlords. Und Harry Potter. Das sind die sogenannten Hoverlords. Aus Hogwarts. Die Hogwarts-Hoverlords. So, und das passt hier auch. Kein Problemchen. So. Dann sparen wir doch erstmal unser Gässchen. Oh, was brennt denn da? Und Chef. Chef, brennt es wieder. Oh, aber kein Ding. Da knattern wir hier alles locker weg. So, dann hol ich mir erstmal hier so ein... Mililja. Mililja. Oder Miljai. Miljai. Aha. Das ist eine Abkürzung für... Mechanical... Ex... Was steht da auch? Ex... Ex... Exo-Kalate-Torn-Lined-With-Iron-Exidic-Irry... Was? Irritant. Aha. So klein kann ich ganz, ganz schlecht lesen. Ganz, ganz schlecht. Oh, da kann ich ja gleich mir schon... Entweder... Äh, ein... Marodeur mit senden. Das mach ich auch. Aber erstmal hole ich mir jetzt hier... Noch ein Gass. Noch ein Gass. Gib Gass. Das macht Spaß. So, und dann kann ich schon... Einmal Marodeur mit senden. Mal gucken, was mein Income ist. Was, was die anderen so haben. Wie. Ich bin hier mal wieder... Am besten von Income. Schön. Schön, die schön sind. So. Noch mal ein Gass upgraden hier. Dann hab ich schon plus... Fumf. Fumf. Das ist ja schon viel. Und jetzt senden wir hier noch wieder... Wo, so ein Bridge-Line wird. Immer was mit senden. Das bringt's. So, mal gucken, was jetzt kommt hier. So ein Viech. Viech, Viech. Oh, Seelords und... ...zwei Marines. Sollte aber passen. Bei der Masse, die ich hier stehen habe. Jo, passt. Oh, da ist so kleine WBF hier noch gestorben. Nein, Ente, Ente. Nicht sterben. Muss doch nicht sein, ne? Ente, Ente, Ente. Oh, die Rechte haben wir ja auch locker weg. Und Kranchi hat sich hier schon so ein Veteran zugelegt. Die sind auch so teuer. Ich glaube, ich bin hier nochmal noch so ein... Ach, kann ich ja gar nicht? Kann ich ja gar nicht. Ist ja blöde. Aber ich sollte jetzt erstmal so ein bisschen sparren noch. Sparren ist wichtig. Sparren für die Zukunft. So, fünf oder sechs. Für zwanzig mehr. Ich glaube, ich... Ich sparre jetzt erstmal mal ein Geld. Welle acht. Grimm Reaper. In zwei Wellen kommt nämlich schon der Fette. Der Fette in Festor. Die Grimmieber sind hier schon ganz schön übel. Die Grimm sind schon ganz schön grimmig. Ah, schafft es mein Kleiner noch? Ich glaube eher nicht. Ah, wie knapp. Oh, schafft er gerade so. Ganz, ganz knapp war es. Die waren schon ganz schön grüppig hier, die Grimm Reaper. So, und dann muss ich hier nochmal... Ah, gut, der kostet auch nur einen. Massive und normal ist der. Sollte ich mir auf jeden Fall jetzt mal zulegen hier. Blockisch mal hier hin. Und... Ja, was anderes... Kann ich mir hier erstmal nicht kaufen. Ach, ich muss hier erstmal noch so einen Upgrade holen. Sollte mir natürlich jetzt hier irgendwann mal... Doch nochmal einen relativ fetten holen. Aber ich glaube, ich warte bis nächste Runde. Obwohl es gibt die Zinkenkammer. Ich hole mir den jetzt einfach schon mal. Kackegal. Oh, ich gucke mal, Rude auch mit. So. Ach, der ist ja auch noch drin hier. Schön. Der Ball hat da ordentlich drauf, der alte Ballermann. Rüchte, der Ballermann. Ja, oh. Schön. Das hat's ja gebracht. Dass ich mir den Halfbriet hier geholt habe. Den alten Halfbriet. So, und da kommt sogar wirklich was durch vom Schiffel. Der Schiffel hat wieder zu viel gepulvert hier. Ich hab da sogar schon plus fünf. Ah, er hat plus vier erst. Aber ich hab einfach mehr Messer als er. Einen besseren Income. So. Was kann ich mir da noch holen jetzt? Oh, 115. Die kostet natürlich 90. Und dann hol ich mir noch so einen Hellion. Den Hüllen-Hellion hab ich wohl nicht mehr noch. Und jetzt hier auch noch mal was vor. Vorsicht halber. Man weiß ja nie. Ach ja, genau. Nein. Oh, Kacke. Ich hab noch mitgeschickt. Ich hoffe. Oh, Titan-Schrieger kommt hier. Alte Schredder-Kopf. Ah, ich hab echt gute Masse hier. Oh, der ist locker weg hier. Zack. Und da bleibt noch eine ordentliche Masse über mir. Wunderschön. Richtig toll. Uh. Der Infistor ist nicht down gegangen. Aber Cranshee hat hier auch ordentlich was stehen. Ich hab auch ein paar WWF hier stehen. Und der hat ja nicht mehr allzu viel. So. Da holen wir uns hier doch schon direkt mal wieder einen Geist. Sein Geist brennt hier vom Schäffer. Schade. Ah, doch. Da kann ich mir sogar noch ein Gas holen. Schön. Schön. Wunderschön. Weil das sollte jetzt erstmal reichen bei der Masse, die ich hier stehen habe. Und jetzt kann ich hier noch ein paar Abkreuze machen. So. Und das auch noch. Herrlich. Einmal nur herrlich. Nature macht schon Spaß. Ich spiele Nature auch jetzt erst das zweite Mal. Aber diese kleinen Enten sind hier schon sehr schön. Und der Meliai ist auch sehr schön. Und der Thierry. Wie heißt das? Der Tree of Travel. Ein böser Tree of Travel. Schlag zu. Macht schon gut Damage. Der röstet schon einiges weg. Der alte Tree. Der Tree ist schon ein fettes Vieh. Der Half-Breathe geht natürlich auch gut ab. Oh, jetzt muss ich hier erstmal... Gucken wir mal. Irgendwas kaufen hier mal. 240. Das kriegt ich dann für 240. 250. Ich werde die zweimal holen. Dann ist das doch wesentlich besser. Schon 12 Income dann. Und jetzt habe ich 174. Ich habe schon noch irgendwas... Ah, den kann ich mal ausbauen. Das ist der Armored. Armoredisiert. Aber ich muss jetzt erstmal die... Das sehe ich euch jetzt erstmal aus hier so. Einmal den. Kann ich mir hier von auch noch einen holen. Mit alten Ballerköppen. Oh. Zu spät. Oh, da kriege ich sogar schon einen Tank am Kopf. Aber dieser Guardian ist natürlich auch sehr erinnbar. Da macht es schon Spaß. Ja, herrlich. Alles kein Problem hier. Für super Aggressor. So, ich pulle jetzt hier erstmal noch eine Runde ordentlich Gas rein. Damit ich meine Income höher pushen kann. Und eigentlich sind doch die sehr gut hier schon, muss ich sagen. Die Marodüre. Weil für 250 kriegt man nirgendwo... Oder 240 kriegt man nirgendwo 12. Deswegen hole ich mir jetzt erstmal eine Marodüre hier ordentlich. Ich meine, den kommen hier schön ordentlich hoch zu pushen. So. Das nächste nochmal. Mal gucken, wer einen höheren Income hat als ich. Keiner. Keiner, keiner, keiner. Oh, das konnte knapp werden. War ich wieder zu mutig? Nein, natürlich nicht. Ich bin ja immer mutig. Ja. So, und jetzt können wir den hier noch zum Guardian machen. Den hier. Vielleicht mach ich den hier mal zum Guardian noch. So. Und nochmal 120. Ich bin schon in den Kampff von 60. Also die Marodüre gehen echt gut ab. Machen mir Spaß. So. Nochmal ausbauen, damit ich auch wieder vernünftig Versorgung habe. Also, was kommt jetzt hier? Auch die Immortals. Das muss man natürlich auch mal hier beseitigen. Die ist nicht so einfach. Die sind schon ganz schön stark. Aber ich habe ja gut Masse. Und das sieht doch auch sehr vernünftig aus. Wird ja alles klappen. Direkt auch nochmal wieder ausbauen hier. Mein Gässchen. Da bleibt nichts über. So. Da kommt sogar wieder was durch. Bei mir kommt nichts durch. Wo ich so der absolute Programmer hier bin. So. Wieder ein Marodeur. Kriegt hier 6. 6 dazu. Wenn man hier mal guckt. 120. Hier kosten die kosten auch. 120 kriegt man 6. Das kriegt man für 240. Für 200 kriegt man hier 10. Aber wenn man hier mal guckt. 250. 240 kriegt man nirgends für 12. Die sind schon schön. Die Marodeur setzen sich direkt noch ein. So. Und kann. Nein. Dann bräuchte ich den hier nochmal aus. Ich muss gleich auch so ein paar fettere holen. Rüchtige, dicke Ballermänner. Nimm ich. Aber so läuft das hier noch. Ganz gut. Und jetzt kommt. Oh. Jetzt kommen die Lurker und ein Power-Mortal. Oha, oha, oha. Das ist natürlich jetzt ein bisschen was anderes hier. Mit so einem Power-Mortal dabei. Der knallt da schon ganz gut drauf. Ah, der Power-Mort ist down. Die Lurker gehen auch down. Hoffe ich doch. Na, Lurker gegen. Gegen einen. Oh nein. Das war nichts. Diesmal kommt. Oh, es kommt wirklich was durch. Das ist natürlich immer scheiße. Aber das war auch ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Aber mit dem kann man schon sehr schön. Bei 84. Und jetzt kann ich mir doch auch mal hier noch so einen fetten holen. Oder ich baue hier erstmal den aus. Oder ich baue die hier erstmal aus. Baue ich den hier noch aus. Und den baue ich auch noch aus hier. So. Und noch schnell einen holen. Marodeur. Dann sollte das doch wieder laufen hier. Die alte Soße. Habe jetzt auch erst einen, äh, ne. Drei Leaker habe ich schon. Leaks. Drei Leaks. Aber in Kampfer 90. Schon nett. Ja. Und wenn ich die kleine Katze gleich noch baue hier. Dann passt das auch wieder. Ja, die Power sind da schon ordentlich drauf. Mauer. Kein Ding. Kein Problem. So, gleich schon einen Inkampf von 100 hier. Wenn es so weiter geht. 96. Gleich 102. Ja. Ich hoffe, das kriege ich jetzt hier noch. Jo. 102 habe ich jetzt. Fertig. Und schön. Da kommt auch wieder was durch. Bevor ich Kohle kriege, kann ich das Gott vielleicht nochmal erhöhen. Wenn es so weiter läuft. Aber ich denke mal eher erstmal nicht. So. Jetzt haben wir hier schon 290. Jetzt kann ich schon hier so einen Vieh bauen. Was hat der hier? So. Dann packen wir doch erstmal. Hier hin zur Seite. Und dann kann ich ihn nochmal so einbauen. Boah, 1500 hat der. Alter Falter. Tree of Life oder Tree of Knowledge. Aha. Mechanical, Mechanical. Ist nicht geil. Oh, ein dicker Uli. Uli, Uli, Uli. Uli, Uli. Kommt auch vorbei. Er hat natürlich dick Leben hier auch. Na, ob das das wird. Jo. Tschüss, Uli. Boah. Schön. Den haue ich doch auch locker weg hier. Gibt es sogar plus 9. Läuft. Würde ich mal so sagen. So. Und dann nochmal. Ah. Schön. Alter Falter, ey. Das war's wohl. GG. Uah. Und. Ja, 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 ja. Sieg. Endgeil. Ja, das stimmt. Aber ich habe mich echt gut gehohnt hier. Vielleicht mal gucken. Meine neue Lieblingsraste. Nature. Wer war denn hier auf Platz 3? Der Aggresso. Ich habe langsam den Dreh heraus. Bei Squad und die. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Bis zum nächsten Mal. Ja. Aggresso. See you. Allaha.